Wieder auf der linken Seite jetzt, Lahm, Ernst, oh, Fehlpass des Bremers, Blesan, 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 das ist das Tor für Rumänien. Vorher fallen Jeremis und dann Kulescu übereinander, die nächste Möglichkeit für die Rumänien, Lupfer, Drelisa 2-0. Generation, Zweikampf Jeremis, Ganea, Freistoß schnell ausgeführt, Petre, Quickle, Bendil, Go Bayern, Ramelow und jetzt. Weiteren Schaden zu vermeiden. Und da ist der weitere Schaden, 4-0. Friedrich, versucht. So, Paul Freyer, nicht, dass er sich die Statistik jetzt kaputt gemacht hat, ziehe mit. Doch, Tor für Deutschland, Philipp Lahm. Daher dann ist sie, Kiel. Na, le thyroid ist so ganz frei. missionaryapfte,書 konnten bauchen.